Der Platz ist leicht abflüssig, deshalb versuchen die Klemper hier oben zu bleiben. Das ist eine ganz interessante Taktik, das eine Team ist in die Offensive gegangen, jetzt kommt die zweite Welle hier. Der König in Grau, immer noch gut zu schützen, hat eine Leitgarde, gibt Anweisungen. Wir sehen die Fahne nicht mehr, der Helm mit der kleinen Spitze drauf, das ist der König ganz in der Ecke, sehr bedrängt. Die Spannwaffe schützt ihn noch, setzt auf die Bank, eine Axt wird an den König angesetzt. Unten werden die Beine praktiert, die Fahne ist gefunden, doch der König steht noch. Noch steht er auf verlorenen Posten, aber er geht nicht unter. Jetzt hagelt richtig diese... Oh Gott! Stoppt diesen Wahnsinn! Aber das wird sich nicht ergeben. Noch ein Verteidiger fällt. Jetzt. Lieber Schiedsrichter, steht da wirklich nur noch der König, dann können wir auch abbrechen. erst mal ist er, zumachen! Wie auch? Wie auch gesagt! Wie auch ein Bedroht!